ja was wollen wir jetzt gucken ich wollte noch mal anrufen blödes nerviges skype ja klar habe ich weiter laufen lassen natürlich da bin ich mal gespannt wie das nachher klingt beide reden durcheinander ich bin übrigens auf dem weg zurück gewesen weil ich hier ein boot schlüsse brauchte um darüber zu kommen ja das habe ich doch mitbekommen ich wollte ich wieder die schlucht überspringen und bin dann abgestürzt und bin dann da wo du sagt es auch vielleicht muss man hebel aktivieren um das zu benutzen wo diese kreise auf dem boden war ja da bin ich dann gestartet mit einem lp achte gerne ja aber immerhin ein lp und dann da starten als ein komplett tut natürlich bin ich jetzt aber ich muss jetzt zu der festung stimmt hallo hallo hast du mich mal nicht an doch doch es fasst sich an will das aber gar nicht war aber bei skype tschüss ja auch wieder gänse okay die musik wird nach der zeit echt eintönig irgendwie hat musik so an sich ja aber es ist wirklich irgendwie treffe ich den macker gerade überhaupt nicht ja kommt was soll das denn du hast mich nur gestreichelt mit deiner blöden ich hab dich nur gestreichelt ich hab dich nur gestreichelt ich hab dich doch nur gestreichelt dann schon kniff oder wie heißt das oder mit mit wir möchten ihn kostenlose und eine ganze anrufe für einen ganzen monat schenken so können sie zusätzlich zu den kostenlosen anrufen andere skype nutzer auch freunde und familienmitglieder auf deren handys oder festnetz telefon anrufen schön aha wollen wir das genau da fällt mir eigentlich muss man noch fest erzählen von kaufen echt okay wir sind in sedanschen die musik klingt genauso wie in dem anderen dungeon ist okay so kann man ja du schießt das mal und trifft auch und stirbt einfach danke warum ist eigentlich angst dass ich die aufnahme gestoppt habe beziehungsweise die tonspur mein gedanke dass du das online jetzt geht das nicht mehr oder keine ahnung ich muss die weg da sind das viele das war das denn dafür dass du echt zu viele mp ist beteiligt was erwartet ist das so viele tor ist das spiel sich am anfang nur schwer kann das sein ja um rein der anfang ist mega heftig bei diesem spiel aber nach zeit hast du wirklich anscheinend einen überhang an items besonders auf waffen und rüstung guck mal nachdem ich die erste rüstung gekauft hatte beim letzten mal krieg ich jetzt nur rüstung hinterher geschmissen so karte halt ich sehen wir alles hinterher geschmissen sesam öffne dich geht doch nicht ja schön wenn es gehen würde ja so eine spracherkennung aber so das kennt das spiel ja hier ich kann die schadenszahlen sehen ja die sind aber um kippen machen sie schon früher oder kippen sie alle um wo aber auch ich niemals hat doch an mann mp mp wäre aber besser gewesen oder ne guck mal wie viele lp dass ich noch habe sagt er und verbruchte keine da fängt er schon anzugehen der hat wieder keine lust mit mir doch doch aber ich bin heute echt so müde ich habe auch ich habe ich habe noch vor bevor ich mit dir aufgenommen aber ich habe darauf genommen ich finde das ist immer schwierig wenn man vorher schon was anderes aufnimmt dann noch richtig effektiv was anderes aufzunehmen mit jemandem zusammen weil irgendwie fehlt ein dann also sagen wir es mal so gestern abend habe ich ein live stream ja und ich habe den ganzen tag schon gequatscht und gelabert und bla 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 mein sohn war ja da und da erzähle ich auch mal ganz gut ich rede ja sowieso gerne und dann versuchst du dann irgendwie gesprächsteam irgendwie anzufangen aber irgendwann hast du dann super schnell gar kein thema mehr weil du irgendwie keine lust mehr hast irgendein wort rauszuhauen so irgendwie ja ja kenne ich kenne ich kenne ich einfach nur schnauze halten und gar nichts mehr reden ja okay ein schalter das war das gestern im live stream erzählt wenn man kein thema mehr spricht nur noch über das spiel ja genau und das findest du so langweilig es ist auch eintönig dann für den let's player ist das eigentlich so ein todesurteil wenn du nur noch über spieler zählst die zuschauer fühlen sich dann nicht mehr angesprochen ja das ist schon komisch aber wenn ich jetzt schon zwei stunden aufgenommen oder sollte dringend thema verheiratet auf der mann hätte auch nicht folgen also ich verstehe das vollkommen ich weiß auch wie das ist wir selber lässt er wie du ja weißt die wir sind jetzt schon da aber es ist ihm schwierig man versucht immer eine leute zu unterhalten und dann immer gesprächsteam zu haben und irgendwann hast du einfach kein gesprächsteam mehr mehr doch der du da überlegst du vielleicht noch drei Minuten und dann fällt dir immer noch nicht sein genau dann hast du drei minuten wo du gar nicht sagst das ist dann auch nicht so so wirklich vorteilhaft da kannst du lieber über spiele dann bist du eigentlich aus dem stream rausgegangen ähm habe ich ausgegangen ich bin nur kurz reingekommen eigentlich ach so bin nur kurz reingekommen weil ich eigentlich auch aufgenommen habe und dann hätte ich eigentlich meinen stelle wenn ich meinen pc aus dem fenster schmeißen wollen weil er während der aufnahme abgestürzt ist oha beziehungsweise das spiel ist abgestürzt und hat mich so mega abgefuckt ey ja das ist verständlich weil ich hatte die arena mit walter gemacht und dabei sind erst mal zwei pokémon flirten gegangen welche denn das dinosaurier vieh und punita okay ich habe es mir fast gedacht dass die beiden drauf gegangen sind ja das ist ich bin ausgerast und danach hatte ich auch keine worte mehr wo wir gerade beim thema worte und reden sind da fällt dir nichts mehr zu ein wenn du das siehst kommen jetzt noch mehr also hier sind gerade zweimal so kann man gespawnt was soll das denn hier ist noch ein hebel schalter hebel und schalter kennst du das phänomen treppe und leiter treppen weiter ja es gibt leute die sagen anscheinend treppe sagen sie leiter anscheinend leiter sagen sie treppe warum auch immer leiten leiter ist für mich etwas was sie an der hauswand stecken ja ja genau aber manche verwechseln das in einem lp ok ich habe auch schon mal gesagt jetzt gehen wir mal die leiter wo es eine treppe ist alter wie viele items ich jetzt hergeschmissen kriege gerade heftig davor bringt geld ja das auf jeden fall die die bank spart für mich so wie er mit zwei ohne zinsen zwei schalter aktiviert und gehen einfach mal hier raus oder weiter erkennst irgendwann mal ein boss fall wieder kommt ja kurz da der wird wahrscheinlich kommen bevor also während man sich wieder heilen kann denke ich zumindest weil die technik werden so schnell mit dieser waffe erhöht das ist unglaublich geil schon wieder während ich mit gegen die zwei kämpfe zweimal erhöht weiter ok das ist schlitzer level jetzt ne kann sein ja wie man benutzt schlitzer ich habe doch verteidigt warum hält sie verteidigen nur so einen augenblick weil eine schlechte verteidigung ist ja ich werfe mir einfach einen um die ohren so guck mal was wir hier an 33 zertrümmern ist das wiki schlitzen mit schwer dass der schwert oder ente messer waffeneinheit nehmen wir mal eine andere waffe jetzt weil wir haben schon 33 da müssen wir jetzt nicht die ganze damit rumhauen eine axt die axt ist was anderes als ein schwert scheiße schade man kann nicht alles haben aber weißt du was ich kann man wieder auf die pistole gehen denke ich die müssen auch ein bisschen weiter ausbessern und zerschmettern haben wir jetzt so viel das ist zum beispiel eine treppe die nach unten führt ab in den dunklen keller was soll mein handy verabschiedet ich wollte gerade sagen was gibt es bei dem handy zu sehen sieht man sie guckt ja so etwas so leicht an nach so etwas leicht an zu sich gelenkt und schaut traurig das gesagt 16 uhr ist er für die klinik er lernt jetzt bei 15 und will wollen wir dann denn noch eine stunde machen oder denkst du um wenn wir auch machen nächste woche oder so weiter was ist denn die lebe was mir lieber ist wenn ich bedenke wie viele videos ich noch bearbeiten würde aber was ich dann nachher sowieso nicht machen wie ich mich kenne weil du sagst ich effektiv ich benutze die effektive stunde über die überarbeitet weil immer hast du auch ein speicherplatz oder speicherplatz im moment gar nicht also ich habe ich wundere mich selber wie viel speicherplatz ich eigentlich habe okay tschüss so es wäre schön wenn hier jetzt langsam mal ein bisschen die skills erweitert werden mit der pistole das ok oh mein gott oh mein gott hörst du auf zurück zu springen du affe findet sich sehr witzig hier mit deiner schaukel schaukel attacke war hängen voll in die fresse 30 erfahrungsfunktion aber auch nicht viel nein aber noch ein rücker mann am besten fünf das war mein oh mein gott aber meine anderen form aber immerhin kriege ich nur zehn schaden von den blöden viechern hallo oder gar kein wenn du richtig block und dieses arbeit so gut man jetzt volltreffer voll ins gesicht danke da 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 das zeichen hat auch irgendwie was zu bedeuten dass vielleicht bald wieder ein postkampf kommt meinst du das hat damit zu tun weil ich mein draußen war auch so ein zeichen das hatte nichts mit sowas muss das noch ein schalter was ist da oben da will ich jetzt mal hin und gucken weil die fettner karte hoch ja wir gehen jetzt erst mal richtung schalter würde ich sagen ok übertreib die bist du ist wenn sie sich da glaube ich wenig waren oder ja bietet sich definitiv wenig an aber ich will die einfach mal ein bisschen benutzen um die skitz zu erweitern hallo hört immer auf mich ab oh mein gott oh mein gott das war sogar 15 schaden wenn ich immer nur ein schuss machen weiter laufe dann geht das wo ich habe sogar beide getroffen cool er bleibt meinst du ich krieg's voll ab dankeschön immer voll neben geschossen wie soll ich mit dem ziel ist das schwer das ist nervig weil du musst ja wirklich den perfekten winkel irgendwie so raus haben weißt du ja oder du tust einfach mal gar nicht schießt durch den durch schießt durch den hindurch schuld kit was er entspricht und noch mal vier mit 40 energie noch mit 200 energie noch alter man nervt doch mal jemand anderen ganz ehrlich hier gibt es bestimmt noch mehr die man gegen die ihr kämpfen können vor allem ihr wenn ihr rumrollt ich bin auf die geräusche gespannter das ist zu geil ich bin auf die geräusche gespannt mann du seid sterben junge alter ich gebe auch immer mehr geld kann das sein so wir können wir gehen jetzt mal runter weiter und war noch ein hebel genau ein schalter und eine karte die stockwerke gibt es denn hier na toll jetzt habe ich die tür damit auf super sehr voll gelohnt rechts oder links links wegen rechts links kamen wir her ohne ist darum nächste fallen Eiter um die Runde die Runde jetzt ohne Schaden er beim jetzt ist es beschwingt was hat er er das ist grüßig auch komisch aus das geile ist ich blocke ob und so obwohl ich gar nicht blocken drücke echt ist ganz eigenartig oh je mini oh je werden wir jemals den ausgang finden oh gott noch mehr doch wenn ich könnte es einfach weiter nach oben geht es oder nach links kaiser ist ja manchmal selber blockt wer wem und das habe ich doch vorhin gesagt weil wie du sagst du drückst das nehmen weil man sieht das ja auch mit der waffe es gibt momente da drücke ich mal wenn die sich zum beispiel so zu kleiner matsche machen durch die gegend rollen ja ja das habe ich mir schon gedacht aber ansonsten block der immer alleine da habe ich nichts mit am hut er pdisk fragezeichen nein läufst du nicht ein bisschen im kreis ich glaube einfach weiter ich muss anders verschmettert diese die geben hier bin ich okay jetzt sollte ich vielleicht doch eine lpd benutzen oder wieviel erfahrungspunkte brauche ich denn noch bis zum nächsten level 55 353 super schaffe ich nicht während das da bist du level 6 schon das ja heute schon doch was geschafft ich habe ein bisschen gelevelt ja schon wieder technik erhöht das ist doch beschiss was sollen das ich schieße die ganze mit der blöden pistole rum und krieg da kommen keine mehr es kommt keine mehr der raum ist hier ganz leer ist das finde ich gar nicht wie sie sich im kreis gelaufen müsste oben weitergehen ja aber immerhin habe ich die dinge mal platt gemacht das ist ja wohl die hauptsache mann ich wäre nie ex wehmann ex wehmann club das gibt es gibt ja egal drücken und vor der rucki auf mega meinst du ich hoffe nicht dass wir zu das wieder nur eine karte mehr gibt es ja nicht ja auch nicht bis wegen dem weg da noch nicht gegangen wo ich habe eine ipd gefunden die video sparen wir gucken einfach warum irgendwo wird hier schon der weg sein der muss hier sein 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 juni mond da unten war das item nur genau so darum bin ich ja komplett lang gelaufen dann war ich hier bin ich ja im kreis gelaufen ja gehe ich jetzt mal runter links pfeil zeigt nach unten direkt immer nach unten nein doch im anderen dann schon nach dann links gezeigt ok da ist aber der ausgang und zeigt einfach nur an wo der ausgang ist warst du schon legen muss der weg hier sein können wir machen einmal gucken nein war ich nicht gut also war oben einfach nur fake ja vielleicht nicht ganz fake einfach ein bisschen erfahrungspunkte ich müsste jetzt bei den app kriegen ja da ja da ist er gewesen 20 hp mehr ok wo kommt ihr denn jetzt der aus dem bischen kommen die raus so was das da steht aber das sieht richtig aus ich will die pistole ich will die pistole meine pistole give it to me baby was war das denn für so was ist das dvd und dvd und christ das war dann gehst du den knochen wie man muss mein knochen wie man mag noch eine schon tot dann würde ich auch jetzt so ich hätte jetzt gerne meinst schiffen kehren ein level ab irgendwie mit der waffe das wäre cool so kamen so kamen so kamen so kamen so kamen dankeschön für dich ja danke yeah oh baby give it to me yeah oh oh tu mir weh ja oh ich kann mir nichts schöneres vorstellen als die ganze auf die fresse zu oh mein gott ich kann mir nichts schöneres vorstellen als einen auf die fresse zu bekommen das ist ja auch so falsch soll ich mal vorbeikommen jetzt auf die fresse aber nur soll ich das christ mal sagen wenn er wieder bei dir ist was ist das denn hier kraftmedaille oh ich kann das nicht einsammeln warum nicht Moment bist du voll bist du das wird bearbeiten fähigkeitschip bist voll ah kann ich nicht hier da stärke 30 plus auslösung im we mit we mit waffeneinheit oder was verstehe ich nicht ist okay okay müssen wir legen ich will dich einsammeln mann müssen wir legen lassen okay dann eben nicht es gibt was gutes was du jetzt da nicht kriegst boah da und da hinten geht es weiter da hinten geht es auf jeden Fall weiter aber 4 okremon ist schon mal nicht schlecht fast gar nicht übertrieben ach gar nicht aber wenigstens machen die keinen Fernangriff das ist schon mal die Hauptsache guck mal wie die sich alle versammeln ne wie ein bunter Haufen ein grüner Haufen wohl ja und wie eine Gruppe wir laufen zusammen mit trennen uns nie genau genau wir stehen zusammen wir fallen zusammen bad boys for life wau dann könnt ihr auch zusammen sterben die nehme ich gerne B B war das ne schon die zweite die ich kriege danke den wollte ich jetzt damit zu ist der eine ein bisschen grüner als der andere ne ich glaube das waren die Lichteinflüsse ja oder ist der grüner als der andere dem ist ein bisschen schlechter als dem anderen ja genau dann müsste er aber blau sein ok dann haben wir noch einen Schalter erstmal Items ich kann keine Waffen mehr einsammeln kann ich irgendwas wegschmeißen ne kann ich nicht also vom Prinzip her wenn ich es ganz ernst nehmen würde mit den ganzen Items dann müsste ich jetzt das der wir verlassen oh oh ne doppel args ja ist das schon eigentlich alle mhm so komm wo kommen wir jetzt raus noch tiefer nach unten Alter haben wir es dann so mal geschafft nächstes Blossemon noch eins und ich kriege echt einen Vogel drei Blossemon wundert wird es mich ehrlich gesagt nicht meint es nicht? nein es regnet es regnet die Erde wird na warum schneit es nicht? hallo? ach hat es bei euch schon geschneit? ja letzte Woche Sonntag dort hab ich doch die ganze Zeit während wir geschneit oh nein oh mein Gott ich muss raus hier ja genau ich muss hier raus so wir haben noch 87 na kommt ich wieder hier mal aus dem Busch gesprungen? nein was ist das? was ist das wenn wir gegen jemand eine neue Digimonart die aber ziemlich schnell tut 28 erfahrungspunkt ok alter ja die blockt was ist denn das? das sagt man gar nichts die haben nur das Item bewacht wow die geht hoch ok 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 oh mein Gott was ist das denn? schnippt und nun kommen wir zuerst? erst mit den der einsame der ganz allein in der Ecke stand nein das war oder nee bam 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 ok Was war das? Wir müssen auf die Pistolen rübergehen. So, versammeln alle, bitte. Einer ist tot. Von vielen. Die Spawner. Nein, nein. Nicht dein Ernst. Alter. Warum kriege ich kein Skill ab mit dieser Waffe? Ich verstehe es nicht. Bei wem und da kein Spezialist ist? Der mag das einfach nicht. Oder ich muss vielleicht mal ein paar andere Sachen ausprobieren. Kann ja auch sein. Wow, das war nicht schlecht. Aber. Alter. Aber das war der Wärtsbau. Nur einmal nach, oder? Kann sein. Weil ich sehe nur drei. Meinetwegen ist für den Controller. Zack, 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 zack. Warum macht er das nicht? Danke. So. Puh. Das ist immer einer. Der ist immer einer. See later. Öffnen sich dann die Tore? Ich hoffe doch. Sonst war es alles vergebens. Oh, ich bin fast tot, sehe ich gerade. Wie viele Erfahrungspunkte, Freunde? Boah. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Nee, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, es ist das Eindring, was er einsetzen muss. Ah, die haben sich jetzt wirklich geöffnet. Wollen wir da runter? Nein. Ich gehe erstmal oben lang. Wollen wir da runter? Nein. Nein. Wollen wir da runter? Da muss er auch runter. Achso, hier ist aber ein normaler Weg runter. Okay. Da ist die Karte. Sehr gut. Tor. LP wäre gut. Jawohl. Dungeon. Vielleicht sollte ich tatsächlich gleich mal den Dungeon verlassen. Nee, jetzt bist du schon so weit. Ja, aber das bleibt ja gespeichert, solange ich die Playstation nicht ausmache. Dann können wir einfach so durchlaufen wieder. Einmal, um Items auszutauschen. Kannst du machen. Wenn du meinst. Wenn du deine ganzen Itemsucht befriedigen musst. Alter, was ist denn das für ein großer Dungeon? Alter, das erinnert mich. Also, weißt du, ob mich das Spiel gerade mega erinnert? Pokémon Mystery Dungeon. Och Gott. Och Gott, da falle ich nur den ersten Teil irgendwie interessant. Dann ist es immer das gleiche. Ja, aber das ist auch mit dem Kartensystem so. Klar, da musst du die Karte so auflösen. Also, alleine auflösen, ohne dass du eine Karte kriegst. Aber irgendwie, ähnelt das schon ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen. Und der Letzte ist down. Hm, die Tore haben wir geöffnet. Rechts... Oh Gott, ist das riesig hier. Nee, ich werde nochmal... ...Tordisk benutzen und rausgehen und die Items austauschen. Gute Idee. Weil wenn wir hier gleich noch Mega-Items oder sowas kriegen, wäre das echt scheiße, wenn ich dann nichts benutzen kann. Weißt du? Weißt du? Do you know what I mean? Yes. For sure. No. Oh no. Wir sind jetzt bei 1,51. Ich bin dafür, dass wir nochmal eine PB-Pause machen. Ach, ich noch auch um einmal. Eine kleine Erfrischungspause von 10 Minuten. Ja, können wir gerne machen. Weil, ey, das haut rein, zwei Stunden. Ich merke das schon. Ja, wir machen eben eine 10-Minuten-Pause, Leute. Die Aufnahme lasse ich einfach laufen, dann schneide ich das nachher raus. Falls du es nicht vergisst. Nein, vergesse ich nicht. Bis gleich, Leute. Ciao. Tschüss.